So, da bin ich wieder. Wir sind im nächsten Teil. Ich bin leider immer noch erkältet, hab noch ne kratzige Stimme. Da müsst ihr leider durch. Ich hab euch ja beim letzten Mal gesagt, dass ich bevor ich weitermache mit der Main Story, noch nen Himmelstein haben wollte. Denn, wenn ich 5 Himmel Specs hab, dann kann ich das beste Item überhaupt eintauschen. Jetzt war ich nochmal auf dem Schneeberg und hab ein bisschen gesammelt. Und siehe da, ich habe 11 Himmelssteine. Ich hab sogar einen mehr, als ich wollte. Gut, dann wollen wir mal schnell tauschen. So, ich hab kurz einen Break gemacht, weil die Tauscherei immer so lange dauert. Ich habe jetzt endlich genug Himmelsbecks. Jetzt muss ich zurück zum Schneedorf. zu den Eskimos. Und dort kann ich dann das Eis mal entauschen. Ich weiß noch gar nicht, wie mich das geben soll. Ach ja, schaut mal hier. Es ist ein neuer Ort aufgetaucht. Und zwar... der Abesturm. Ja, ich bin gerade mitten im Weltraum und kann hier nicht weiter, weil es für mich hier noch keinen Zugang gibt. Und deswegen muss ich leider wieder gehen. Das ist der berühmte Abesturm, der in die Unterwelt führt. Aber wie gesagt, da kann ich noch nichts machen. Ich habe so einen ganzen Landschaftszug. Ich bin fast durch. Schneedorf. Okay, war das hier? Nee, war's nicht. Schnarchenhaus. Ja. Ja. Hier war's. Schön, schön, schön. Ja. So, wer wird diesen zu einem Gegenstand anziehen? Ich würde mal sagen, der Vincent. Oder? Der hat einen Mondring. Statt das Mondring des Rings bekommt er das Ryujin. Und ja, meine magische Abwehr ist fast perfekt. Fast. Bei 9999 ist sie perfekt. Cool. Ja, jetzt kann mir keiner mehr was anhaben. Konntest du noch bis hier rauskommen? Dankeschön. Ach, Mist. Quatsch. Ich muss jetzt zurück zur Karte. Was mache ich denn da? Soll ich den Planetenbruch noch kaufen? Ich würde es so gerne. Ich habe 47.000. Das reicht doch locker. Oder? Warum habe ich eigentlich so viel Geld? Hä? Hm, 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 hm. So, ich habe noch einen kurzen Break gemacht. Ähm, ich wollte nämlich noch eine Waffe kaufen. Genug Geld habe ich ja jetzt. Ich hatte das Onyx-Schwert und kaufe jetzt noch den Planetenbruch dazu. So. So. So, jetzt bin ich total blank. Ähm. Jupp. Ah, ist das schön. Jetzt bin ich immer so richtig stark. Ah. Und ansonsten, Abwehr ist so lala. Warum ist meine Apfelle so gut? Wie kommt das? Ja. Der hat so einen schlechten Helm. Aber woher? Habe ich dem nie einen besseren Helm angezogen? Hm. Ich habe ihn tatsächlich nie mit einem besseren Helm angezogen. Tja. Aber normalerweise ist der Victor eigentlich echt von der Abwehr am besten. Habe ich mir irgendeinen Schrott angezogen, nur nicht das, was er haben sollte. Tja. Aber ich habe jetzt sowieso keine Kohle mehr. Insofern schört mich das sowieso nicht. Aber was ich auf jeden Fall kaufen sollte, sind weitere Items. Aber da hat die gar nicht. Wo bekomme ich jetzt blaue Tränke und Rotenpullen her? So, blaue Tränke hat der. Aber keine roten Ampullen. Das ist schlecht. Dann muss ich wohl doch nochmal einen kurzen Abstecher machen. Und zwar nach... Und zwar nach... Wo wollen wir dann hin? Ja, komm. Nach Montania. Ah, wo konnte ich das nochmal kaufen? Schon wieder komplett vergessen. Hier war es nicht. Oder doch? Mist. Mist. Hm, 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 hm. Komisch, komisch, komisch. Ich kann mich nicht erinnern. Dann war es wahrscheinlich doch hier. Ach, hier. Mensch, schönes Kinder. Ja, guck mal, reicht genau. Was will der Flie nachteilen? Ich glaube, ich penne noch eine Runde. Jupp, mach ich. Und nochmal zum Teamorganiser gehen. Ach man, das dauert alles so lang. Ich wollte Victor raus haben, ne? Aber jetzt hat er gerade diese tolle Waffe. Wie ist es mit Jana? Ach, Jana muss wieso raus? Dann schicke ich Jana raus. So wie bei Priscilla bestückt. Oh Gott, ich fühle mich richtig schwach. Abwehr. Ja, gut. So halb. So lala, ne? Na gut, muss reichen. Los geht's. Jetzt aber wirklich. Ich hab vor. in diesem Teil diese Burg komplett zu schaffen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ach, das muss ich doch noch hinlatschen. Ich mach einen kurzen Break und mach gleich in der Burg wieder weiter. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Jetzt geht's ans Eingemachte. Eine Dollar Kugel hab ich ja schon gefunden. Und, ach, guck mal, da drüben. Da ist ein Holzflock. Ich hab doch einen Holzstamm. So einen Baumstumpf gefunden. Den muss ich hier, glaub ich, noch benutzen. Ja. Und jetzt kann ich die Peitsche benutzen. Weil ich da so eine Brücke bauen kann. Und das finde. So, das sieht gefährlich aus. Wo krieg ich das hin? Ich muss es versuchen. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Angst. Oh, warum hab ich eigentlich nicht vorher gespeichert? Oh Gott. Dullerhahn. Der kopflose Ritzer Dullerhahn. Erstmal ein bisschen schneller werden hier. Kann ich machen. Power schnell. Ab der Mauer. Ab der Mauer. Das sieht doch gut aus. Jetzt machen wir mal Raserei. Alle werden stärker. Ich mach mal Abwehrmauer. Und Raserei. Ich glaub, den kannst du leider nicht vergiften. Der ist ja schon tot. Äh. Na, ich könnte schon mal schauen, welcher Zauber hier wohl wirkt. Vielleicht. Infernung. Hinrichtung. Oha. Den ist der. Nee, das... Vielleicht war's das aber auch schon. Ich mein, das ist ja ein Untoter. Normalerweise helfen da die... den Zauber. Oha, Victor. Was machst du denn Schönes? Du kannst... Einer muss uns ja retten. Interessant. Ich probier's einmal mit dem Flora, mit dem Lebenszauber. Oh nein, ich bin schon wieder. Oh. Na gut. Find ich genau das Gleiche. Nochmal Animation. Nochmal Rot-Harm-Pulle. Und... Auf dich bitte auch noch Rot-Harm-Pulle. Jawoll. Tot. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Komm noch einmal in die Mation. Ich mach mir sonst zu viele Sorgen. Ähm... Raserei! Und du benutzt... nochmal... Flora-Zauber. Gut. Grafen wir jetzt mal an. Interesse. Kannst du eine Erholung benutzen? Tore-Stiefel. Du Scheißkerl. Ist das ein Mist? Das wusste ich nicht. Nochmal Erholung. Schädelkegel. Oh, Rot-Harm-Pulle. Und... Inferno. Boah, Shit. Dreckser. Tracerl, der muss mich bitte schnell retten. Vielen Dank. Noch ein Schädel. Boah, wie heftig. Der haut richtig rein. Powertrank aus Brasil. Angriff. Und... Put-Harm-Puller-Sinzen. Ja! Ja! Das war gar nicht schwer. Das war gar nicht schwer. Viele Erfahrungspunkte. Level aufgestiegen. Und ein Siegesrausch. Und viel Gold. Gott sei Dank. Ich hatte nämlich nicht gespeichert. Bombe. Ich habe eine Brücke gebaut. Hetsche. Speichern. Puh. Kautränke. Ich habe ja genug. Sicher, sicher. Und jetzt gehe ich mal da hinten hin. Ach genau, ich habe das Wasser entgiftet. Stimmt ja. Mal gucken, wie stark ich jetzt bin. Ich hoffe, stark genug. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Na gut, man muss dazu sagen, die anderen, die waren ja effektiv gegen diese. Mit dem Zollfussball, da habe ich natürlich eine ganze Menge Schaden bei diesen Steifischern gemacht. Und trotzdem habe ich noch ein bisschen mehr erwartet. Ach. 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 Sieh an. Ich habe das goldene Schild umgangen. Und somit dürfte ich jetzt da endlich weiterkommen. Jep. Trump-Schlüssel. Eigentlich noch mehr. Ach. Jawohl. Ich habe noch eine Donnerkugel. Hier nur noch zwei. Äh, Moment mal. Ich wollte doch zum Wasser. Und bin dann einfach weitergelaufen, weil ein Gegner gekommen ist. Bescheid. Jep. Noch eine Donnerkugel. Dann habe ich jetzt schon fast alle. Anwasch. Natürlich. Genau, Pastille. Die muss es ja treffen. Wen sonst? Ja, immerhin. Kann ich die quillen. So messen. Na, so schwach ist es ja gar nicht. What's wrong auf mich? Oh, Mist. Oh, Nerv. Ach, guck mal. Vincent hat es abgewertet. Das war die magische Abwehr so tolle. Haha. Finde ich gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Florastein. Und ich speichere nochmal, nachdem ich die Donnerkugeln benutzt hab. Gut. Eine Kugel fehlt noch. Das können gar keine Fantone mehr. Nicht, dass mich das stören würde. Oh, um Gottes Willen. Oh, Vincent. Das jetzt macht so mächtig. So, oh, das ist toll. Keiner kann ihm was anhaben. Das Ryujin ist wirklich meine Lebensversicherung. Ich werde aber noch eins davon brauchen. Ich kämpfe ja mal zu dritt und dann ist einer außen vor. Und wenn der Vincent dann mal nicht dabei ist, dann habe ich schon wieder das Risiko. Oh, schade. Die besiege ich noch nicht ganz. Schloch. Ah, cool. Victor würde sie aber schon besiegen. Das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Daher bin ich so reisch. Daher bin ich so reisch. Ach, nachher habe ich so viel Kohle. Dann weiß ich gar nicht mehr, wohin damit. Hm, ich wollte nach oben. Ich brauche noch diesen Schlüssel. Aber der Turmschlüssel war nicht für die Tür. Oder doch? Ach, vielleicht doch. Auf jeden Fall ist hier der Turmschlüssel drin. Also nicht drin, den muss ich hier benutzen. Äh, ja. Wenn ich ihn finde. Ah. Oh, mein Geist. Hallo, Herr Geist. Diese Burg gehörte einst dem König Madillas. Er ging mit seinem Volk unter. Seither residiert hier das Böse unter der Führung von Lord Grudas. Na, ich wusste es doch. Mit seinem anwachsenden Einfluss auf seine Untertanen wird er zur ernstzunehmenden Gefahr für das Königreich. Da fehlt mir er. Von hier aus mobilisiert er die Kreaturen, die aus der Unterwelt in den Tor steigen. Danke für jeden Fall. Oh. Expotion. Na, Trollstein. Deine Kugel. Das war die letzte. Okay. Oh, ich hab's fast geschafft. Super, super. Ja. Der Trumpschlüssel. Mal gespannt. Oh, ich hab ihn ins Markt gefunden. Ich kann eine Superwaffe bauen. Cool. Hä? Komm mal an Minzen. Na toll. Gott sei Dank nicht. Perfekt. Na, wenn's Spiegel gewesen wäre, wär's noch schlimmer gewesen. Oh nein. Nein. Tja. Granate. Ach so, die Felsgranate ist ja eigentlich ein Zauber, ne? Shit. Geht gar nicht. Du musst dich ganz schnell retten. Nicht, dass ich jetzt noch krepiere. Das wäre sehr ärgerlich. Oh Gott. Oh Gott. Ja, klar, komm. Geht sie da rund? Boah, das ist so mies mit den Vergiften. Das war ja keine Magie. Deswegen hab ich das jetzt nicht ähm, abwehren können. Das Ryojin ist ja nur bei Zaubern. Wirklich. Gut, Zauberschild. Ne, das muss ich tatsächlich erleben. Die braucht ganz dringend Gefahrungskunde. Das ist wieder so klar, ne? Ich hab sie gerade belebt. Wir haben so ein Gespür dafür, diese Penner. Prima. Hörst du? Du kannst es nicht lassen. Ja Priscil, was ist los? Wann wirst du mal aufgestuft? Herr Krott? Herr Krott. Ach. Noch einen? Ja, super. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ähm. Oh ja. Oh ja. War Quatsch. Egal. Oh Gott. So, komm, Victor, hopp. Hau rein. Boah. Naja. Nette 30. Endlich. Ja, am Anfang sind die Monster mal super-hyper-schwer. Tja. Und wenn man sich so ein bisschen eingekämpft hat, dann läuft's. Sturmflut. Oh Mist. Oh Gott, Victor. Mal macht da schwere Treffer und wenn's drauf ankommt, macht da natürlich keiner. Super nett. Super nett. Nochmal A-Holo. Und sind wir nicht mehr dran. Jaaa! Neue Magie gelernt. Mal gucken, was das sein wird. Oh, was geht los? Auf jeden Fall einen blauen Trank. So, was haben wir schönes gelernt? Turbostiefel! Jawoll! Boah, heftig! Wie teuer das ist! Ja, wow! Joa, joa! Speichern, speichern, speichern! Angst! Jetzt geht's rund! Puh! 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 Was faul! Hieß es nicht, die Loma hätten hier in den Ruinen nichts finden können? Ja. Du hast recht. Ho! Ho! Dieses Lachten kenne ich. Na, laut Grudas. Ho! Habt ihr wirklich gedacht, ihr könntet einfach so verschwinden? So mir nichts, dir nichts? Ihr Narren! Ich weiß über euch Plagegeister Bescheid. Alles! Ihr wart zurück in eure Welt, aber nur über meine Leiche. Diese Maschine bringt euch nur dahin, wo ihr hingehört, ins Jenseits. Meine Handlanger haben wirklich großartige Arbeit geleistet und diese hübsche Maschine ein wenig umgebaut. Nun wird sie Angst und Schrecken in Tandoah verbreiten. Wenn ihr sie zerstört, wird Tandoah verschont. Aber ihr werdet nie wieder nach Hause kommen. Nein, ich... Wir dürfen jetzt nicht an uns denken. Wir werden für Tandoah kämpfen. Danke, Vincent. Ihr Narren! Sterbt! Es geht los. Total! Ach cool, wir kämpfen zu viert! Oh! Cool! Ähm... Anni-Mation! Aha! Abschütten! Ja! Ich muss die Stahl-Giganten loswerden! Elektro-Hagel! Ah! Boah! Wie krass! Das ist ja übel! Oh! 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 Ja, ich wehr das ja jetzt Gottse Dank alles ab! Ich mach jetzt gerade noch mal Animation. Diana, du musst jetzt bitte etwas für Victor tun. Und Victor benutzt die Atenmauer. Oh, krass. Ja, super. Das war... Come on. Ähm, hm, hm, hm. Elektro. Was ist denn da? Ich befürchte, ich kann den nicht stumm machen oder so, weil das eine Maschine ist. Ich greife mal nochmal an. Jana muss bitte den Diktor wiederbeleben. Priscilla, du probierst es mal bitte mit dem Floorz zu haben. Oh, das ist so mies. Ja, das hilft. Und noch einmal Animation. Du benutzt Vigra. Du benutzt Ampulle. Und du benutzt Feuerzauber. Boah, wie schnell das viel ist denn? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, das ist wirklich mies. Ein Lieber. Herz. Hm, am Arsch. Also hier hilft so ein Ferrore-Wall. Eindeutig. Eindeutig. Jana, bitte nochmal ein paar Tranker Fikte. Mal gucken, ob er jetzt schon wieder Pech hat und sofort stirbt. Hyperstar. Boah. Nein. Ja, wie gesagt. Mein Ryujin ist gerade echt Gold wert. Neuer Versuch. Kommt. Sicher, sicher. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin begeistert, Leute. Ja, aber du kannst Priscilla mal aufwecken. Und nochmal Power Tank. Du kreist an und Priscilla. Genauso. Ja. Ja, du stirbst aber auch nicht, oder? Jawoll. Geschafft. Viel Erfahrungspunkte. Etta, Rotan, Pulle. Das war natürlich nicht der letzte Kampf. Wir kleinen Gören. Es reicht. Diesmal räume ich euch aus dem Weg. Ein weiteres Mal siegt ihr nicht. Jetzt bekommt ihr es mit mir zu tun. Höchstpersönlich. Oh, yeah. Oh, diese Musik ist so geil. Oh, die passt so gut. Ein Hammerlied. Das passt richtig gut. Und wir sind zu viert. Oh, wir sind zu viert. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Oh, ich dachte gar nicht, dass wir zu viert kämpfen dürfen. Oh, Stimmung. Animation. Was sonst? Ich probiere mal nach Wurzeln. Wir müssen diese Kenner da kennen. Aber erstmal Abwehr stärken. Noch was? Ich könnte ja eigentlich einen Siegesrausch benutzen, oder? Oder nicht? Ich bin so geizig. Ich guck mal. Obscura. Cudos Omega. Es ist Obscura. Arschwinde. Ah, okay. Ja, das kennen wir schon als Spiel. Okay, das ist mies. Oh, man. Das wird hart. Scheiße. Das gewusst, dass ich vorher noch... Oh, nein. Oh, Mann. Ich bin jetzt ein Lichtstein. Oh, danke, Jana. Na klar, ey. Na klar, na klar. Geht das schon wieder super los hier. Tja. Oh, das war heftig. Oh, lecker, lecker, lecker. Oh, heftig. Ich glaub, das lohnt sich jetzt, oder? Oh, nein. Das ist so viel. Ich verstehe, warum wir zu viert sind. Das ist echt hart. Oh, man. Das ist wirklich hart. Oh, man. Das ist wirklich hart. Oh, man. Das ist wirklich hart. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß nicht. Oh, mein... Wie übertrieben, wie übertrieben. Geil. Ich hatte auch schon lange keine drei verschiedenen Statusveränderungen mehr. Wow, wow, wow. Okay, ich habe eine Idee. Das Ryujin, das zieht gleich die Jana an. Ich mache hier einen kurzen Break und lade diese Stelle neu. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich musste ja diesen anderen Kampf leider nochmal wiederholen. Da kann man leider nicht zwischendurch speichern. Wenn man dem hier versagt, also wenn man hier kaputt geht, dann muss man leider auch den gegen die Maschine nochmal neu starten. Ich habe jetzt was geändert. Und zwar hat sie Jana das Ryujin an. Sie kann nicht versteinert werden. Ah, doch mit einem Schlag schon. Mit einer Magie aber nicht. Und vor allem, Jana kann keine Zaubersperre bekommen. Das Allerwichtigste. Ja, fast nicht. Sie hat eine 94%ige Abwehr. Ich habe vorhin bei diesem Reiter einen Siegelsrausch bekommen und deswegen benutze ich den jetzt auch. Habe ich mir überlegt. Wenn man es bekommt, dann kann man es auch benutzen. Und Jana, was machst du? Schön was. Leider kann ich die Anna nicht so schätzen mit einem Abwehrzauber. Das wäre cool. Geht aber nicht. Mektor. Ich kann mich die ganze Zeit aufbohren. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Oder Raserei. Machen wir Raserei. Das war schon richtig gut. Diese blöde Wege. Schau. Schlaf. Ach nee. Habe ich jetzt gar nicht benannt, ne? Weil ich verwirrt war. Oh, Mann. Jana. Und jetzt vorwärts kommt bei Victor. Kamera, Sarai. Nee, auf keinen Fall. Ich muss jetzt wirklich mal gucken, dass ich ein bisschen wie ein Biest an mir. Scheiße. Ich wusste nicht, dass er das kommt. So. So, jetzt bin ich superschnell. Und jetzt wird das hier ganz anders. Hoffe ich zumindest. Ich kacke jetzt. Ich muss nur Rotanpola benutzen, damit ich das überlebe. Du benutzt Bika. Mal für alle Fälle. Wo ist eigentlich Quatsch. Du benutzt ihn stattdessen Rotanpola. Und hier geht auf die Hüte dieses nette Geschöpf. Du benutzt. Ich und Leda. Ich bin jetzt wirklich schnell. Oh, du Mistvieh. Kannst das auch. Wow. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob die Felsgranat hier hilft. Das wäre eine wahnsinnige Erleichterung. Ich muss es probieren. Äh, Jantjana. Sauterland. Yes. Yes, yes, yes. Tja, ich hätte mal gedacht, dass Zauberland mal so nützlich werden würde. Yes. So, ich bin sehr schnell. Da sollte doch jetzt wirklich was von sein. Wir sind doch alle schnell, oder? Nikra. Gut, wir machen einen, wir schützen uns noch ein bisschen. Wir schützen uns gar nicht. Nein, was habe ich getan? Das wollte ich gar nicht. Oh. Was hat das viel für eine Abwehr? Ach, Schatten. Und du, vielleicht Sturmflut? Oh, der Siegesrausch, der ist so goldwert. Ich habe nur, leider, diese Obscura-Piecher. Können sie leider Tronica benutzen. Oder war das sogar er? Das kann auch er gewesen sein. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Also, Sturmflut war nicht so toll. Probieren wir das mal, mit der Zauber-Zauber. Okay, dann war das auch nein, auch besser. Nein! Aber, wir sind schneller. Und, wir benutzen eine gemeine Felskronate. Ich glaube, jetzt hat er keine Chance. Aber, was das für eine Abwehrkraft hat. Das ist ja nicht normal. Das ist so ein Arkschat, das kann ich jetzt quatsch. Das macht meine Jana schön. Ich bin fern noch. Aber, ich glaube nicht, dass ich das ein Ferne sein muss. Ja, so läuft es eigentlich gut. Wenn ich mir diese von Hals halten kann. Und glücklicherweise kann ich die Viecher ganz schnell mit der Felskronate kriegen. Aber ich habe auch nur zwei Felskronaten. Das ist der Nachteil. Ich bin so feige, weil ich das... den Siegesausch benutzt habe. Das ist der Nachteil. Das ist der Nachteil. Das ist der Nachteil. Das ist der Nachteil. Oh Gott. Oh, Mist. Oh, Mist. Shit. Das ist blöd, weil ich muss jetzt eigentlich Tonika benutzen. Aber wenn ich Tonika benutze... Oh, shit. Ja, was soll ich tun? Ich kann jetzt nicht so angreifen. Wenn ich Tonika benutze, ist mein Sieg ist, Rorschwusch. Ich guck mal. Ansonsten muss ich auch wieder alleine. Die blöde blöde. Die müssen aber auch gleich besiegt werden. Ja! Oh. Ich habe einen Himmelsstein bekommen. Ja, beim ersten Kampf war es aber wesentlich härter. Das habt ihr ja gesehen. Was? Nein! Wir müssen schnell hier raus. Ach, ich kann rumlaufen? Ich will jetzt was verpassen oder so. Okay. Ah, das war die Burg. Cool. Kapitel 5. Die letzte Chance. Das ist auch das letzte Kapitel. Und das Spiel ist noch nicht zu Ende, wie ihr seht. Es tut mir so leid. Aber ganz tante wahr, verdankt euch das Leben. Es muss doch einen anderen Weg geben. Wir müssen Film an Tandua bleiben. Nein! Das kann nicht alles gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. In meinem Traum sagte dieses Wesen, dass wir der Schlüssel sind. Ob wir wohl dazu bestimmt sind, Tandua zu retten? Wir müssen zur Unterwelt. Das geht nicht. Es sei denn... Wir bitten der Sakran um Hilfe. Aber wie sollten wir das schon anstellen? Ich... 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 Muss mich meiner Verantwortung stellen. Tandua zählt auf mich. Das ist so gefährlich. Niemand hat es bisher geschafft. Mein Großvater hat es auch geschafft. Was sagst du dazu, Hörger? Wir sollten es versuchen. Vielleicht löst das auch unsere Probleme. Wohl eher ein Wunschdenken. Aber hey, man wird immerhin Schulen und Plätze nach uns benennen. Gib die Hoffnung nicht noch nicht auf. Vincent sagt es ja gerade selbst. Vielleicht müsst ihr erst eurer wahren Bestimmung folgen. Lass uns zuerst den Weisen im Quellwart aufsuchen. Er wird uns sagen, wie wir vorgehen müssen. Ja, meine Lieben. Ich mache jetzt hier Schluss an der Stelle. Und beim nächsten Mal geht es dann in die letzten Züge. Aber es werden noch ein paar Parts kommen. Also so schnell geht das leider nicht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.